ultimatives video ultimatives video ihr kennt ja alle den zeppelin ne so hoch habt ihr den bestimmt noch nie gesehen ihr guckt zeig mal hier dahinten da sind die berge da ist der berg da hier da ist die stadt da ist die welt hier sind wir gerade hier auch haben wir am start und ich werde jetzt eine granate werfen sofort aufsteigen und springen ich glaube das schaffe ich nicht zeitlich hat doch geklappt ja und jetzt ja was könnt ihr jetzt angucken das ist ein nostra video oh die polizei oh nee was machen wir da jetzt ich weiß nicht ob die unverwundbarkeit reicht noch eine minute schön oder ist schön ich glaube ich kann es gar noch ein stück näher ran guck doch mal wie schön das ist hier explodiere ich zuerst oder komme ich zuerst auf mach mal ein selfie eben geht es gut geht es gut yo war nicht so cool was würdet ihr was würdet ihr machen wenn ihr auf einen riesigen zeppelin stehen würdet schreibt in die kommentare ich habe hier gerade echt spaß mit meinem besten jetzt mach wenigstens doch guck 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 hier sprung ach du beigst du robin wenn du er kann auch noch so kurz ne ne stopp noch mal wenn ihr das abgelaufen ist ja stopp noch irgendwie cool cool sterben komm mit zehn raus fünf vier drei zwei eins oh geil